Hallo, da ist der Markus Katzer. Ich rufe jeden einzelnen Fan der Wiener und des SK Rapid Wiener auf, mit uns am Sonntag dieses Fußballfest zu feiern. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es vielleicht ein ausverkauftes Haus gibt, damit der Wiener geholfen wird. Wir werden unser Bestes am Platz geben und ich bin immer ganz sicher, dass die Rapid-Fans und die Wiener-Fans ihr Bestes auf der Tribüne geben. Kommt ins Stadion!